Es ist nicht zu spät. Jene, die sich dem entgegenstellen, sind bereit, sich zu sammeln. Und es wird wohl alles auf eine entscheidende Seeschlacht zusammenlaufen. Und wenn du, die Kapitän Dagon, die richtige Seite wählst, dann wird unsere schöne See, unsere geliebte See, genauso bleiben, wie wir sie schätzen. Was habt ihr vor? Einen eigenen Bund ausrufen, wie er es tut? Das ist unser Plan. Habt ihr schon mal gegen eine Dämonenarche gekämpft? Nun, ich im Persönlichen habe den Kampf schon mal aufgenommen, aber nicht gewonnen. Dennoch haben wir Leute dabei, die diesen Kampf bereits, die Dämonenarchen bereits bezwungen haben. Und es beweisen, dass es möglich ist. Wir haben die größten Archen-Schlechter unserer Zeit auf unserer Seite. Seid ihr mit Salin hier, oder was? Wir sind nicht mit Salin hier, aber wir haben sein Wort, dass er auf unserer Seite sein wird, wenn es gegen Dagon geht und die Dämonenarchen. Hm, da müsst ihr aber einiges auffahren. Der bunte Untiefen ist groß. Und deswegen wenden wir uns an jene, die uns helfen können, diesen Kampf zu besiegen. Und deswegen bin ich hier. Weil ich weiß, dass wir diesen Kampf nur gewinnen, wenn die besten Kapitäne unserer Zeit auf unserer Seite sind. Und Dagon, du gehörst auf jeden Fall dazu. Tja, ich weiß, dass ich der beste Kapitän bin. Aber das wird trotzdem nicht reichen. Sie haben neben der Goldmorgentarantel, der Knochenotter, Wurzelkaiserin, der Bugtar, der Friedhofswächterin, der Gebeinsammlerin, der Seuchenbringer und der Plagenbringer, haben sie jetzt auch noch den verfluchten Zauberkönig erweckt. Es ist davon zu spät. Verstehst du das, Junge? Nun, dass du daran denkst, heißt, dass du dir wirklich Gedanken gemacht hast, wie man diesen Bund besiegen kann. Und wenn du dir Gedanken darüber gemacht hast und zu dem Schluss gekommen bist, dass jene, die sich denen entgegenstellen, keine Möglichkeit haben, die zu besiegen, dann liegst du falsch. Ja. Nun, auch wenn du dich entscheidest, nicht an unserer Seite zu stehen, wenn wir gegen jene Paktierer in den Kampf ziehen, es wird doch jene geben, die gegen ihn kämpfen, die das Gefecht auf See gegen ihn antreten. Und wenn wir diesen Kampf nicht gewinnen, ist alles verloren. Dann kannst du deine schöne Stadt Sheripse aufgeben. Was soll aus der Stadt werden? Wahrscheinlich wird sie überflutet. Dann kannst du dein ganzes restliches Bleben, solltest du das ganze Überleben auf einer tiefschwarzen See verbringen. Noch niemals ist es gelungen, die Kapitäne das Perlenmeers an einen Tisch zu bringen. Zu tief sitzt der Hass, zu alt sind die Konflikte und zu sehr lieben sie ihre Freiheit. Für den Schiffen ist jeder ein König oder ein Sultan. Warum sollten sie über- oder neben jemandem so etwas dulden? Es hat auch niemals so einen Feind gegeben wie den Paktierer Palligan. Und deswegen wird es Zeit, dass wir solche Geschütze auffahren. Wenn uns wer einen kann, dann er. Als gemeinsamer Feind. Ich bin sehr gespannt, was Dachmani dazu sagt, wenn ihr mit mir an der Seite in den Krieg zieht. Oder Piotr Holmen. Oder Rathral Sanin. Wie sie alle heißen. Kottners Hahn. Erojida, die Scharlach-Rote. Der el-Burische Würger. Den Haagir. Wie sie alle heißen. Wir müssen eben alle verstehen, dass wir alle zusammenhalten müssen. Jene, die noch an die Götter glauben. Um jene zu besiegen, die es nicht tun. Tja, ihr seid wirklich wahnsinnig, oder? Ihr würdet sogar Ladwenia Zarstrand fragen. Manchmal braucht es einige wahnsinnige Leute, um noch wahnsinnigere zu besiegen. Also, ich erwarte nicht, dass ich dich mit einigen Worten davon überzeugen kann. Aber der Bund wird aufgebaut und er wächst stetig. Und mit deinen Schiffen auf unserer Seite gibt es diese Gelegenheit, diese Chance, sie zu besiegen, von der du gesprochen hast, dass es sie nicht gibt. Er winkt noch einmal mit seiner Hand über seinen Rücken und deutet noch mal an, dass die anderen auch in Richtung des Ringes treten. Ja, ich würde folgen. In den Ringen? Ja. Dann helfe ich ihm wohl rein. Dugmäuser. Landraten. Ihr meint ein Zwerg, der zur See fährt, deine Landratte. Und wirst es in meinem Leib, ei. Nun, wisst ihr, wer ich bin? Hat man euch das geschrieben? Man sprach davon, dass Helden mit der Mondsaberne Drachentöte anreisen. Auf kugeres Wortes Verlass. Es geht nicht darum, ob ich ein Held bin oder nicht, oder ob ich den schwarzen Drachen getötet habe, oder Xeran. Das bedeutet an dieser Stelle überhaupt nichts. Es geht darum, wie ich den schwarzen Drachen bezwungen habe. Ich bin. Im Pakt. Im Wasser. Versteht ihr? Tja, man riecht es an euch, ei. Hm. Wir sind im Krieg. Wollt es vielleicht noch nicht sehen, oder könnt es nicht. Aber, wir werden alle angegriffen. Wir, wie auch ihr. Ein Bündnis ist vielleicht die letzte Chance, die wir haben, diesem Ganzen zu entgehen. Wir brauchen dieses Bündnis und einen fähigen Kapitän, den wir umgeben mit den Besten, den Stärksten, den Klügsten, die wir zur Verfügung haben. Ich führe bald den bunter Schwarzen Schlange an. Hier ist die schwarze Flagge. Nun, ihr versteht mich falsch. Ich will nicht sagen, dass ihr diesen Bund aufgeben sollt. Aber seid ihr nicht einer der Stärksten, der Besten, der Klügsten? Bin ich. Dann versteht ihr, was ich meine. Wir müssen alles auf eine Karte setzen. Wenn ihr wahrlich mit Piraten abschauen, wie uns paktiert, dann solltet ihr vielleicht sogar Dorkstein fragen. Dabei wird sein Lächeln zu einem schmalen Messer in seinem Gesicht. Ihr habt geschwiegen, als Diamantus davon sprach, dass die göttertreuen Menschen sich zusammenschließen würden. Eure Grausamkeit ist legendär. Doch sagt, wie steht ihr zu den Göttern nach all dem? Tja, die Götter haben immer einen Platz an meiner Seite. Das Weiteren sprach ihr davon, dass jeder Kapitän auf seinem Schiff ein König sei. Ja, sollte sich die blutige See ausdehnen und die Pläne des Heptachen Erfolg haben, dann werden all diese Könige vor einer Herzogin knien. Und ich denke, das wird keiner von ihnen wollen. Ich glaube, dass jeder der Kapitäne, die ich eben aufzählte, lieber stirbt, als sich zu ergeben. Gilt das auch für euch? Im Dienst an den Göttern bin ich gerne bereit, mein Leben zu lassen. Gut, das werdet ihr. Das ist ein Versprechen. Dann wird es das wert sein. Versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen einen Bund mit euch. Allerdings werden die anderen Piraten... Die anderen Kapitäne... Kapitän Sarnin... Wie sie alle heißen. Vor allem Zarstrand. Die andere Sarnin... Kapitänen. Sie werden alle ein Problem damit haben, wenn ihr euch der schwarzen Schlange anschließt. Das scheint mir ein Unterwerfungsproblem zu sein, wer unter wessen Banner streitet. Doch sagt mir, welche Antwort habt ihr Darion Paligan gegeben? Hat er euch einfach wieder gehen lassen, nachdem ihr Nein gesagt habt? Oder habt ihr etwa Ja gesagt, um mit heiler Haut davon zu kommen? Glaubt ihr, ich bin so dumm, dass ich zu ihm Nein sage? Ich habe mir Bedenkzeit erbeten. Als... Und? Wie viel Zeit hat er euch gewährt? Sagen wir so. Er wird keine Antwort von mir bekommen. Dann müsst ihr damit rechnen, dass er kommt, um sich zu reichen. Das habe ich bereits einkalkuliert. Nun, ihr habt gesagt, ihr habt keine Chance gegen ihn. Wie also gedenkt ihr euch zu wappnen? Hm. Nimm die Glut her so tief in den Arschraum wie möglich. Nun, das klingt wie etwas, was Doros in unserem Sinne wäre. Auch ohne, dass unsere Schiffe Seite an Seite segeln. Ich denke, ihr habt recht, dass andere Verbündete davon abgeschreckt sein könnten, wenn wir uns verbünden. Ihr seid kein Narr. Insofern liegt ihr mit dieser Sache ganz richtig. Aber auch wenn wir unabhängig voneinander auf das gleiche Ziel hinarbeiten, würden wir gegenseitig voneinander profitieren. Und offenbar tut ihr das bereits. Ist hier also nur die Frage, ob es formell oder informell ist, unser Bündnis? Glaubt ihr, dass ein Pirat irgendetwas formell macht? Nun, ich kenne wenig Piraten. Eigentlich nur eine. Sie ist Flusspiratin. Sie hat einen Lachs dabei. Ähm. Entsprechend kann ich wenig dazu sagen. Aber ich glaube, wenn ihr so fragt, vermutlich eher nicht. Mit was wollte Palligan euch überzeugen? Mit Angst? Oder konnt ihr euch etwas bieten? Hm. Natürlich hat er mir Pakt angeboten. Macht. Wer hat auch gedroht? Erst Palligan. Der Sohn von Goldo. Immer noch. Er hat den Bund der Urtiefen ins Leben gerufen. Und gesagt, wenn wir uns ihm nicht anschließen, wird das Meer der Finsternis uns verschlingen. Nun, ein starkes Argument. Aber habt ihr eine Ahnung, was er noch vorhat? Ihr sagtet, er hätte den Zauberkönig erweckt. Und, war es das schon? Oder, wie wird er weiter vorgehen? Die Erweckung des Zauberkönigs war der Anfang. Der Anfang vom Ende. Morda, oder Morda, wie er sich mittlerweile nennt. Er hat einen seiner ehemaligen Schiffsmagie miteinander verbunden und ins Wasser kippen lassen. Weil jetzt läuft der verfluchte Zauberkönig wieder rum. Der schon seit Eon als Tod galt. Und nur noch das Märchen der Pabakis ist. Tja, und jetzt führt er wieder in Durio. Morda war wohl in der Partien und hat für ihn ein schwarzes Schwert aus seiner Bandstrahlerfeste befreit. Er verfügt jetzt über wieder die drei Teile der Ersäuferin. Unheilige Artefakte. Er ist unaufhaltbar. Und dazu kommt seine Plagenbringer. Welche Artefakte? Der Mantel? Tja, der Mantel. Der fließende Mantel. Das schwarze Schwert. Wir haben es Aquam. Und... Der Splitter. Der Splitter. Ei. Damit ist er... Das Wasser. Das Unwasser. Er ist unaufhaltbar. Zusammen mit Morda wollen sie jetzt Bahamut befreien. Und das ist der Untergang. Von allem. Nun... Gegen verseuchtes Wasser hilft elementares Wasser. Und gegen Archen gibt es auch elementare Möglichkeiten vorzugehen. Die Archen sind im Mond. Das haben wir schon ausprobiert. Nun... Wie dem auch sei... Wir finden Wege. Und... Ich bin nicht umsonst im Bündnis mit dem Wasser. Früher oder später wird dies das Blatt für uns wenden. Und wenn es im Kampf gegen den Zauberkönig sein sollte, dann mag dies so sein. Ich habe mein Leben dem Wasser anvertraut und werde es gegebenenfalls für das Wasser geben. Aber... Wir müssen sehen, wo das Ganze hinführt. Bei den Mähen und Buburen. Und diese Archen sind nicht gegen alles immun. Wenn alles nach Plan verläuft, dann werden wir ein Alvaraniard des Efforts an unserer Seite wissen. Ihr fahrt ja ganz schön groß auf. Also nicht nur andere Kapitäne, sondern auch noch göttlicher Krimskrams? Oh, nicht nur göttlicher, sondern auch elementarer. Größte Macht in diesen Sphären sind immer noch die Elemente, aus denen sie geschaffen ist. Du klingst nicht gerade wie ein Zwerg. Ich bin auch kein normaler Zwerg. Und ich würde gerne einmal einen Flimmflamm in meiner Hand anmachen. Nur um mein Argument zu unterstützen. Für die Stabfackel hätte bestimmt... Äh, nicht der Feuersturm. Äh, der Flüge. Wir können die auch einfach alle abbrennen. Ja, was genau gewinnen wir daran? Ich meine, außer den immer währenden Ruhm, die Welt von seinem größten Übel mehr frei zu haben. Und den segnen die Götter. Und bestimmter Menge Geld. Und dem Schiff, das im Harfen liegt, macht das. Das zünd einfach die Wude an. Ja, äh, Dagon, äh, wird einfach nur anerkennend nicken. Äh, sonst kannst du allerdings keine Regungen an dem erkennen. Ja, so reicht ja. Dann mach ich's auch wieder aus, das sonnenhelle Licht, was über meine Hand schwebt. Also gut, dann ist es an euch, die anderen Kapitäne zu überzeugen. Wir werden alle brauchen, jeden einzelnen von ihnen. Das ist mir nicht gegeben. Aber WRAG gehört mir. Also, wirst du mit dem Kapitänsrat, oder wie euer Bund angeführt wird, sprechen, um den ganzen Bund auf unserer Seite zu kriegen, oder ist es nur die Glutherz? Die schwarze Schlange. 30 Schiffe. Ei, das ist das, was ich hören wollte. Am Zulamin, äh, meint so halb laut zu Diamantas. FRAG? Wer ist das? Der Kapitän der Knochenotter. Sie nur mit den Schultern, äh, zög nur mit den Schultern. Diamante weiß das auch nicht. Ah, Haupttank. Ist das etwas Persönliches zwischen euch? Er nickt. Als würde ihm das Nicken schon alles abverlangen, aber... Ja, das ist... Das ist etwas sehr, sehr Langfristiges. Was ihn auch hart beschäftigt. Nun, sollte die Knochenotter kommen, um euch zu holen, dann setzt auf Eis. Aber mir sagen lassen, das sei gegen Aachens recht effektiv. Haben wir noch nicht ausprobiert. Er nickt sich Feuer und Wasser. Ja, gegen das waren sie im Boden. Die Elemente haben so ihre Spezialitäten. Du da, Horasier. Was? Kugris sagte, dass du... ...etwas über die Archen weißt. Wenn jemand etwas weiß über die Archen, dann ich. So ist es. Dann sagt mir was. Ihr seid gelehrt, ja? So sagt man. Sagt man nur so, oder ist dem auch so? Es ist so. Was wollt ihr wissen? Alles. Nun, wie viel Zeit habt ihr? Viel. Wollen wir ein Spooky trinken? Und dann berichtet ihr mir alles. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich bevorzuge einen Rotwein. Das werdet ihr hier nicht kriegen. Was ist dieser Spooky? Nee. Ihr solltet euch vielleicht bedenken, wenn ich betrunken bin. Nun ja, die Information könnte vielleicht fehlhaft sein. Ihr betrügt euch nur Silber. Das Wasser in Chariot, so solltet ihr nicht trinken. Ein Bier? Dann trinke ich hier auch lieber einen Spooky, bevor ich das Bier hier trinke. Nichts für ungut. Ich hätte noch etwas steuern können. Nein, bitte nicht. Gut. Dann würde ich so auf so eine Gruppe rausklettern wahrscheinlich. Also gut. Gut, die Getränke gehen auf mich. Das könnt ihr, der wird uns sagen. Usain kommt mit. Und damit erhebt sowohl er sich als auch der Alain Fahner schwarzen Magus. Und sie deuten dann in Richtung einer der Türen, hinter der er dann gemeinsam mit Armin verschwinden würde. Kommt noch jemand mit? Oder lasst ihr Armin mir alleine? Ich muss doch aufpassen, dass Armin mir keine Scheiße erzählt. Ich tätsche einen von den Hunden nochmal zum Abschied. Oh, du bist ein ganz feiner. Ja, bist du. Oh, so ein süßer. Der. Oh, Armin, ihr wisst doch gar nichts über den Mohnenleichen. Ich kann lernen. Ich höre zu, Jalan. Na, fein. Monterrey! Passt doch das Schiff auf. Ja, ich wollte die Einladung mit dem Freigetränken eigentlich annehmen. Dann halt hinterher. Ja, aus einer der Türen öffnet sich, äh, die Tür öffnet sich und ihr könnt sehen, wie das verquollene Gesicht eines anderen Effortgeweihten euch entgegenstarrt, äh, der euch mit bitterer Miene entgegenblickt. Was ist das für ein Lärm hier? Ja, Lolona. Nicht so laut. Ja, der, äh, ignoriert ihn einfach, als würde er nicht existieren. Und so gehen die, äh, der Heldin, äh, samt Lolona und, äh, dem schwarzen Magus ab. In Richtung eines kleinen Besprechungsraumes. Wo ihr euch dann positionieren könnt. Und über die Archen und die Wurzelzeichen im Besonderen taktieren könnt. Derweil die anderen. Geht ihr genauer rum. Äh, ja, ich will, ich würde die Einladung gerne annehmen, also ich trinke da ein bisschen was. Ei-Getränke, warum nicht? Jo, sehr gut. Parfum, sagst du? Was sagst du, ein paar Bier mit den Piraten? Äh, nicht, dass ich nicht sagen möchte, ich will die billige Scheiße nicht trinken, aber... Ich will die billige Scheiße nicht trinken. Ja, die haben doch hier bestimmt irgendwas Gutes. Und wenn die Getränke auf Lolona gehen, dann kann sie auch mal den, äh, guten Stoff rausholen. Naja, du hast diesen brennenden Müllhaufen schon gesehen von einer Stadt, richtig? Ja, ja, schon. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Lolona sich mit dieser Pflöre, die ich oben getrunken habe, abgibt. Ja, auch wieder richtig. Goldhugs, wollt ihr mitkommen? Äh, ich finde diese Hunde eigentlich ganz herzzerreißend, aber ich kann mich wohl lösen. Ähm, ja, ich bin dabei. Ich lasse sie euch einkaufen. Du kannst sehen, wie der, ähm, Hochgeweihte von Effort so ein bisschen um die Ecke schielt. Die sind wirklich herzzerreißend. Oh, äh, das ist, äh, keine schlechte Idee. Ähm, vielleicht nehme ich einen mit an Bord. Ähm, ähm, oh, das ist eine sehr gute Idee, Raphir. Woltax, Woltax, denk doch an die Katzen. Ausgebildete Kampfhunde. 40 Dukaten. Naja, dann möchte ich den Kampfhunde aber vorher sehen. Sucht euch einen aus, kommt mit. Und, äh, damit geht der Effort Geweihte, äh, durch eine der anderen Türen und, äh, könnt euch dann führen. Na ja, Woltax, welcher gefällt dir denn? Das da vorne ist ein Rottweiler, das sind miese Viecher. Oh, äh, äh, er geht, er geht sogar noch weiter, äh, lässt die, die verwundeten Tiere, lässt sich einfach, äh, ruhen und, äh, zeigt euch dann die Zwinger. Wo eine ganze Menge Hunde hinter, äh, verschlossenen Riegeln sind, kauen auf irgendwelchen Fleischbröcken umher und, äh, ja, äh, zeigt das, als wäre es das Übliche. Das ein hochgeweihter, das Effort, Kampfhunde ausbildet und kämpfen lässt. Naja, Woltax, welcher gefällt dir? Welchen findest du schön? Oh, äh, der da ist hübsch. Ich glaube, das ist ein, ein nivesischer Hund, oder? Oh, äh, meinst du, meinst du den hier, oder? Ja, ja, aber der da ist auch furchtbar niedlich, nicht ganz so groß, aber... Oh, du wirst schon einen großen Hund wollen, das kann ich dir nur empfehlen. Ja, ja, oh, dieser hier, der, der ist ja... Oh, könnte ich ja fast drauf reiten, also, wenn er ein bisschen kräftiger wäre. Oh, könnte man eine Sinnschärve-Probe hören. Hm, bei Raffin reicht das nicht. Woltax vielleicht. Ja, man, das reicht. Ja, ihr könnt durch die Tür, ähm, und durch Holz gedämpft hören, so ein leises, ähm, beziehungsweise laut gerufenes, mittlerweile leise. Hilfe, helfe, helft mir, bitte. Ja, ich stampfe immer noch weiter von uns zu, und hier, schau dir doch mal den an, Woltax, was der für ein kräftiges Gebisslein hat. Oh, ho, ho, ho. Ähm, der ist so hübscher, aber, äh, hört ihr das? Na, die Viecher bellen, aber es sind halt Kampfhunde, ne, Woltax, da musst du dich jetzt dran gewöhnen. Ja, nein, das... Kannst du wirklich einmischen, Woltax? Ja, ich weiß nicht, ähm... System. Wenn es jetzt ein Zwerg ist, muss ich mich ja einmischen. Wollt ihr die Hunde jetzt kaufen? Ja, komm, Woltax, jetzt such dir einen aus. Ich sag dir auch, welcher der Beste ist. Na ja, gut, dann, dann, dann erzähl mal. Also, ich finde, wie gesagt, entweder diesen nivesischen Hund hier, der geht mir... Hilfe, ich will mich töten. Ja, Raffin ignoriert das komplett und möchte jetzt gerne mal die Hunde bewerten. Ja, abrichten, Probe.